und die Lobbybar und in der Rezeption steht auch ein Rennauto. Paul gefällt dir das Auto. Heute ist der 19. September 2009. Wir sind heute im Hotel Kempinski Estebona, hier in der Frühstücksterrasse. Ich bin heute im Hotel Kempinski. 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 Der Blick vom Strand zum Hotel Kempinski. Und hier genießt man schon den Blick über das Meer zur Halbinsel Gibraltar. Und das ist jetzt der Blick den Strand entlang bis nach Marbella. Ja, Papi, aber wir haben keinen Bahn. Ja, Papi, aber wir haben keinen Bahn. Das ist heute im Hotel Kempinski. Das ist das Fitnesscenter mit Techno-Türmgeräten. Das Halmbad und der Wellnessbereich. Ich bin heute im Hotel Kempinski. 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 Wunderschön gedeckte Tische im Restaurant. Und wir sind hier auf der Terrasse. Mit Parmesan. Als Vorspeise gibt es Tapas. Ich bin heute im Hotel Kempinski. Vielen Dank.